Medigine hat auch gestern wieder deutlich zulegen können und der Grund für diese Kurs-Explosion, muss man es ja wirklich nennen bei Medigine, liefert das Unternehmen selbst in einer Mitteilung. Denn Medigine gab bekannt, dass ein wissenschaftlicher Artikel zu den T-Zell-Rezeptoren, also einem wichtigen Beitrag des Immunsystems, in der aktuellen Ausgabe des renommierten Fachjournals Nature Biotechnology publiziert wurde. Und so wurden offenbar auch die US-Investoren auf den ehemaligen Star vom neuen Markt aufmerksam und dies zieht den Kurs von 4 auf 10,50 Euro. Also auf eine Woche gesehen, da hat Medigine ein Kurs-Plus von über 66 Prozent hingelegt, auf den Monat gesehen sogar über 115 Prozent. Lassen Sie uns Medigine mal etwas näher anschauen, liebe Zuschauer. Wir sehen heute 18,5 Prozent geht es nach oben für das Biotechnologieunternehmen. Was wir hier sehen, ist im Prinzip ja eigentlich kaum Bewegung, so gut wie gar keine Bewegung. Beim Chartbild, wir waren in einer engen Handelsspanne. Und das ist die Treppe.